Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und Vollati. Ich bin Philipp Vondrak. Guten Tag. In Vorarlberg gibt es weiterhin mehr Arbeitslose als im Vorjahr. Fast genau 8700 Personen waren Ende März arbeitslos gemeldet. Das ist ein Plus von knapp 5% gegenüber dem Vorjahresmonat. In Schulungen wurden rund 3% mehr Personen untergebracht. In Vorarlberg war die Entwicklung leicht besser als in anderen Bundesländern. Österreichweit wurde ein Plus an Arbeitslosen von 10% verzeichnet. AK-Präsident Hubert Hemmerle ärgert sich über den Streit um die Lohnnebenkosten in Österreich. Er sieht darin reine Stimmungsmache, denn Österreich liege hier gerade einmal einen Euro über dem EU-Schnitt. Hemmerle fordert vielmehr, dass der Lohnsteuertarif gesenkt wird, damit mehr Netto vom Brutto bleibe. Vorarlbergs Baugewerbe hat im vergangenen Jahr deutlich mehr Aufträge bekommen wie im Jahr davor. Laut aktuellen Zahlen von Statistik Austria ist die Bautätigkeit um 13% gestiegen. In keinem anderen Bundesland hat es das Baugewerbe in diesem Ausmaß zugelegt. Der Wert der Aufträge belief sich auf rund 477 Millionen Euro. Und in der Fußball-Erste Liga ist Austria Lustenau seit langem wieder in der Jägerrolle. Heute müssen bei Blau-Weiß Linz Punkte her, um den Tabellenführer Grödig nicht davonziehen zu lassen. Alltag spielt beim Vienna FC. Der FC Lustenau darf Kapfenberg empfangen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen.